hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft pvp diesmal wieder mit der map survival games 5 oder 4 5 5 ja gut dann geht es auch los schon seit ein paar tagen habe ich kein minecraft mehr gespielt oh god jetzt bin ich an keine einzige kiste angekommen abgeschmiert echt jetzt ernsthaft was ein mega lag was ein mega lag ich habe nichts bekommen was war das denn für ein mega lag warum leckt das so heftig vor allem was bezweckt er damit mich zu schlagen los raus hier ach gott was war das eigentlich für ein mega lag gerade was habe ich noch nie gesehen also wirklich dass das bild wirklich über zehn sekunden lang still steht na gut dann wollen wir mal raus hier ich gehe nach da oder doch nach da da steht nämlich eine schöne kiste die wir uns doch gleich mal unter den nagel rechnen werden wohl natürlich nur schlechtes drin ist will man schon fast sagen der typ will uns bestimmt nichts tun war das schon jemand hier in der ok da war schon jemand na lauf vielleicht war da oben ja noch niemand da zumindest komm 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 da weg verdad komm 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 da war auch schon jemand der typ schlägt einfach mal so rum kann man natürlich auch machen ich hoffe hier hat noch keiner ein schwert der mich gleich erstmal weg aust Und ich hoffe hier oben war auch noch keiner Huch So, so, so Ah Sieht doch schon mal Ein wenig vielversprechender aus So komm, erstmal was Damit wir hier nicht gleich verhungern Ähm Ja Lass ich das auch noch Damit wir wieder regenerieren So und jetzt sollte ich mal langsam mich dran machen Hier mal ein paar mehr Kisten zu finden Okay, da steht auch noch eine, aber Die wird höchstwahrscheinlich schon leer sein Oder auch nicht Na gut Da hinten läuft ein Typ mit Angel Ob da jemand auf der Schnauze schon war Von dem Flugzeug Ah, die Küste wird er hier jedenfalls nicht übersehen haben Nein Hier laufen irgendwie so viele ohne Schwert rum Da kann man einfach so an denen vorbeilaufen Na los, komm Hui Na, hoffentlich war da noch keiner Werden wir ja sehen gleich Ähm, jo Wie komm ich da hoch Zappen wir schon mal das Thema Hm Na Na Hier auch nicht Ach komm, dann nehme ich halt den umständlichen Weg Ich weiß, da gibt es noch einen einfacheren Den ich mir jetzt aber nicht gemerkt habe Hier kann man leicht rausfallen Sollte man auf jeden Fall aufpassen Äh Ja, ja, ja Hier ist noch eine Küste Oh, mit einem Steinschwert Nice Ach genau, hier Die Küste habe ich immer mal übersehen Die da anscheinend steht So, so, so Muss ja noch keiner Muss ja noch keiner wissen, dass wir ein Schwert haben Zapp Oh yeah, noch ein Schwert Und ein wenig Rüstung Äh Naja Okay Hm Zwei Pfeile Immerhin So regenerieren wir auch erstmal wieder Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier ein paar Leute killen Müsste Ah, wird mal an der Zeit Hier kommt man leicht runter Nach zwölf Leute übrig Ich hoffe, da sind noch genug übrig Die ich töten kann Nicht alle, die schon eine volle Eisenrostonger haben Mit Eisenschwert Wäre natürlich auch schön Was macht der da? Ach komm, geh mal drauf Äh Oder auch nicht Oder auch nicht Oder auch nicht Und der ist tot Und der ist immer weg Weil wir noch ein halbes Herz haben Weg, 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 weg Weg, weg, weg Ich hoffe, der Typ verfolgt uns nicht Doch, tut er Man, so ein Penner Oh Gott Man, warum verfolgt der uns denn? Scheiße Was will er mit der Angel? Das macht mir keinen Schaden So ein Idiot Angeln machen keinen Schaden Ja, hau ab, hau ab Weg, weg, weg Halbes Herz Überlebenschancen Fast gleich null Da ist noch eine Küste Mann Hä? Ach, Boden Ein bisschen Essen Okay Okay Scheiße So ein Mist Genau von der Seite Genau in dem Moment Wo ich mich mal hochheilen will Mann So ein Pech Hier übrigens noch eine Küste Ja, gut Ich denke mal Das war's dann für diese Folge You have returned to the spawn Ja, okay Ich denke, das war's dann Wie gesagt, das war's dann für diese Folge Ist zwar ein bisschen kurz geworden Aber Ja, vielleicht mach ich dann Irgendwann mal zwei Werden wir ja sehen Na gut Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen Ja, und das war's Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss